Wissen Sie, wie schön das ist, wenn ein heißer Mund sie küsst und eine Stimme leise sagt, ich liebe dich. Aller Anfang ist schwer, aber kommt mal irgend weh, dann seien Sie klug, glauben Sie ihm, wenn er vor Temperament spricht. Rücken Sie doch bitte etwas näher ran, weil ich dann endlich einmal spüren kann, ob Ihr Herz genauso laut wie mein Herz schlägt. Aber Kind, Sie dürfen doch nicht schüchtern sein, denn davon stürzt doch Ihre Welt nicht ein. Es sei denn, dass sich die Liebe wie ein Funke so schnell überträgt. Und wäre das denn so schlimm und so schlecht, beliebt sein darauf hat doch jeder ein Recht. Rücken Sie doch bitte etwas näher an mich ran, weil ich sie dann, weil ich sie dann in meine Arme nehmen kann. Rücken Sie doch bitte etwas näher an mich ran. Rücken Sie doch bitte etwas näher an mich ran, weil ich sie dann, weil ich sie dann, weil ich sie dann, weil ich sie dann in meine Arme nehmen kann. Rücken Sie doch bitte etwas näher an mich ran. Er Ant Klebe Es ist ein Konkurrens dunkせ, den ihr die Chip mit einem